Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Ori and the Blind Forest. Wir gehen jetzt mal darüber, weil ich glaube, da müssen wir jetzt noch weiter. Wir müssen den Leben her... Na? Yeah! Huh! Wir leben hier ein Nashorn oder was auch immer das ist. Ah, töten, das habe ich gemacht. Kann ich das eigentlich auch? Nee, ich glaube, das muss ich von da oben machen. Hä? Hm. Da stecke ich meinen Kopf da unten. Wie geht denn das? Wie kann denn das sein? Im Wasser? Aber ich muss doch da runter. Wie komme ich denn da runter? Oder ich schwimme von hier entlang. Ich glaube, das mache ich, ich schwimme jetzt von hier entlang, weil ich brauche jetzt auch nicht mehr Luft schnappen, was natürlich ganz angenehm ist. Dann bin ich mal ein bisschen unter Wasser. Unter Wasser unterwegs. Das mache ich, weil irgendwie anscheinend geht das da nicht mit dem Sprung. Ich denke mal hier. Ich denke mal hier. Ja. Wie gut, dass ich das da rumgeskillt habe. Aha, ja, genau, das ist das, wo... Ach, das stimmt. Juhu! Und jetzt? Da hoch. Ah, wie komme ich hier? So. Ist jetzt da das Wasser vielleicht weg? Ja, genau, das Wasser ist jetzt hier weg. Dann kann ich das... Jetzt hoffe ich nur, dass ich den... Oh! Wuch! Dass ich den lieben Herren... Ähm... Irgendwas da... Herren... Steinnashorn da nicht noch mal machen möchte. Komm, die nehmen wir mit. Die Punkte nehmen wir mit. Wir wollen sie. Wir wollen ja auch mal skillen wieder. Ah! Und ich werde da nochmal speichern. Ohne, dass ich einen Punkt verliere. Nein. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Ich wusste es nämlich schon irgendwie. Hm. Ja, 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 so ist das Leben. So. Dann... Oh! Don't hurt, nicht. Ich glaube, ich speichere dann da unten nochmal. So, hier zum Beispiel... ...speichern. Nee, da runter gehe ich jetzt nicht nochmal, weil da komme ich ja nicht mehr hoch. Oh! Hehehe. Oh! Mann, Mann, Mann. Jetzt kann man mittlerweile so viel machen. Nein! Oh! Oh, dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir es halt mit. Weil es gerade so schee war, nehmen wir nochmal eine Tour durch die Unterwasserwelt. Dann werden wir nochmal ein paar Piranhas schnetzeln. Sie zur Fischsuppe verarbeiten. Und wieder... ...zurück. Zu unserem lieben Herrn Nashorn gehen. Stein Nashorn. ...dass ich wieder überspringen werde. Zack. So. Speicher nochmal. So. Ich trau mich da gar nicht hoch. So. So. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ach, eigentlich wollte ich sie damit abschießen und nicht mich. Nein, was mache ich denn? Komm. Das war jetzt sehr intelligent. Hüller-Beaches. Okay, derok. Hallo. Das hat man davon. Ich muss da echt aufpassen, wenn ich das nehme. Genau. Weil dann schleudert es mich nämlich manchmal auch immer so weg. Oh. Okay. Äh, wo muss ich jetzt hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen eigentlich noch alles so ein bisschen... Wir können jetzt mal in den Raum da gucken. Und dann wird das nämlich auch mal geschaut. Ich werde... Jetzt mal speichern kurz. Wie komme ich denn da hin? Oh. Nee, ich möchte da auch noch so füllen. Auffüllen können wir. Nee, können wir nicht. Nee, können wir nicht. Ich dachte... Okay. Echt? Ah. Klar. Ich muss auf die Maustaste drücken. Ich auf I. Ich vergaß. Es tut mir leid. So, nochmal Karte. Wenn wir mal hier entlang gehen. Geradeaus. Ein Superstampfer. Oh. Hm. ja jetzt habe ich aber echt glück gehabt ich habe ein klein wenig Angst was da noch so auf uns zukommt für speichern viele erfahrungen einsammeln viele erfahrungen einsammeln hier oben war ich gar nicht das ist denn das hier komm mal runter ich möchte da hoch eine energiezelle habe ich gefunden ja das möchte ich gerne haben da war es doch wert es geht dann runter und speichert ist damit ich diese energiezelle weiter behalten da kommt noch mal was runter das technische stein schon an so hier unten ist auch was fähigkeit ja da schauen wir gleich mal nach ach so das ist ja gar nichts das nächste ich brauchte auch wieder zwei punkte halbiert die kosten der seele seelenverbindung dann habe ich ein dreifach sprung und dann habe ich eine ultra verteidigung ich mache jetzt erstmal den baum voll ich muss noch ganz viele umbringen am besten dass ich da zwei da brauche ich drei und da auch noch drei okay aber dann kann ich hier weitermachen ach da brauche ich noch eine ja wenn ich jetzt damals gespeichert hätte hatte noch irgendwo eine das ist ja duf auch nur eine noch nur eine noch ja bist du da ja da muss ich mal gucken wo es da eine gibt der muss dann einfach mal zurückkommen ach da auch da hatte ich jetzt wie ging das denn jetzt sind die da unten jetzt auch auf doch das töten von den fischern habe ich die bekommen naja aber ich glaube die oben ist wichtiger weil da muss ich auch fahren auch jetzt habe ich die nicht oder ne da brauche ich auch vier Da muss ich warten, bis da wieder Gegner kommen. Oder zurückgehen. Und Gegner suchen. Da waren ja auch keine. Da ging nur das Tor runter. Die sind schon wieder da, wenn ich komme. Ja. Immer noch keine gekriegt. Du vielleicht? Oh. Hey. Mann, Mann, Mann. Wie kriege ich denn diese Blöde in der Kitzel? Äh. Ja. Ach, hier, hier, hier. Ich weiß, hier fehlt eine. Oh. Kurze Türken. Oh, ja. So nicht. So auch nicht. Könne ich da eigentlich weiter? Nee. Ich muss doch diese blöde Energiezelle finden. Ich versteife mich da jetzt auch ein bisschen dran. Ich merke das schon. So. Okay, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Komisch, weil ich dachte, dann gehen wir, dann müssen wir ganz wieder, müssen wir wieder ganz zurück. Ja. Gehen wir so weit zurück, wie wir eine finden. Hilft dir alles nix. Nein, ich muss da unten lang. Oh, den habe ich ganz vergessen. Den habe ich jetzt wirklich ganz vergessen. Komm, immer wieder. Aber dich möchte ich noch mitnehmen. Zack. Weil wir wollen ja ein bisschen skillen. So. ach komm ich dachte ich lande davor ich musste eigentlich so schnell sein ich habe nur noch einen ich möchte eigentlich nicht speichern es ist doch zu nahrisch werden okay aber jetzt haben wir es gleich jetzt haben wir es gleich ne pass auf jetzt mache ich in der nächsten folge weiter und dann habe ich mache ich einfach da weiter wo der liebe herrnashorn war ne herr steinnashorn und dann werden wir noch einiges dann weiter gucken wo wir da so ein blaues ne blaue kugel finden und dann werden wir wieder zurück und wieder dem nasa begegnen bis dann ciao 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 ciao